Hallo, mein Name ist Emil Zakrayer und ich muss jetzt 30 Fragen in drei Minuten beantworten und dabei Klavier spielen, was jetzt schon wirklich fantastisch läuft. 30 Fragen? Wirklich, ja? Und ich kann was gewinnen. Also let's go! Welchen Song spielst du? Ich spiele Katsche e Pepe. Das ist der letzte Song auf meinem Album Blessings. Wie würdest du deinen perfekten Tag beschreiben? Sonne auf meiner Couch und nichts zu tun haben. Welche Superkräfte hättest du gerne? Ich würde gerne fliegen können, aber ich habe Höhenangst. Das heißt, ich würde nur einen Meter über den Boden rumfliegen. Nie wieder Sex haben oder nie mehr Internet? Nie wieder Internet. Welcher Sucht bist du verfallen? Sport. Welche deiner eigenen Songs ist dir mittlerweile verleidet? Danke. Was ist dein Guilty Pleasure? Mein Guilty Pleasure ist Pizza und Fastfood und Schokolade. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Ungeduldig, diszipliniert und ehrgeizig. Welchen aktuellen Trend magst du? Ähm, den 5.30am Club. Was war das Letzte, was du auf deinem Handy fotografiert hast? Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, weil ich gerade Klavier spiele. Ich versuche es mal. Das letzte Foto, was ich gemacht habe, ist ein Screenshot von meinen Insights. Hast du ein verstecktes Talent? Ja, ich kann Klavier spielen und gleichzeitig Fragen beantworte. Welches war dein Lieblingsschulfach? Ähm, Sport. Welches war dein verrücktes Fan-Erlebnis? Boah, ich kann mich an sowas nie erinnern. Äh, weirde Nachrichten wahrscheinlich. Was war das Letzte, worüber du Tränen gelacht hast? Irgendwas mit Karim wahrscheinlich. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Warum? Weil da die Sonne scheint. Welchen Ratschlag würdest du deinem Jüngeren selbst geben? Mach genau so weiter, mein Junge. Mach genau so weiter. Welches ist dein Lieblingsfilm-Genre? Ähm, Thriller. Welches ist deine Lieblingsstadt zum Party machen? Ich mach keine Party. Ich arbeite und schlafe. Gibt es einen Ort auf der Welt, den du gerne noch besuchen möchtest? Mexiko. Ich war noch nie in Mexiko. Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst? Nein. Was ist deine Traumrolle? Meine Traumrolle ist der Putzelbaum. Welchen Ort für dich musstest du schon mal bringen? Wahrscheinlich irgendwas ganz Unwichtiges, das ich zu tun hatte, obwohl ich nichts zu tun hatte. Welches Obst wärst du gerne? Äh, eine Ananas. Warum? Weil Ludi hasst. Welches Gerücht über dich stimmt nicht? Dass ich gerne Party mache. Was ist dein liebster Karate-Kick? Mein liebster Karate-Kick ist der Sidekick. Was war das Verrückteste, das du je gemacht hast? Klavierspielen und 30 Fragen beantworten, weil so langsam fang ich an, meinen eigenen Song zu hassen. Was ist deine Lieblings-App? Meine Lieblings-App ist die, ähm, meine Wecker-App. Lieber auf der Kinoleinwand oder Bühne? Auf der Kinoleinwand, nachdem ich auf der Bühne war. Was ist deine Spezialität in der Küche? Ähm, tanzen. Und die Letzte, auf was bist du stolz? Auf was bin ich stolz? Ähm, auf dieses Interview. Echt? Viereinhalb Minuten hab ich gebraucht? Okay, schade. Aber ich bin ja der Erste, der das gemacht hat, ne? Also bin ich auch der Schnellste. In diesem Sinne, viel Spaß, bei dem Nächsten meine Zeit zu knacken. Ich bin ja der Schnellste.